So, ich bin ein schönes Numerach angewünscht und ihr Gottes Wut. Ich bin ein schönes, wunderbarer Gelegenheit von Herrn Jesus Christus an diesem Numerach. So viele junge Menschen töbte haben, die erreut sind und ihr Gottes Wut töbte kommen. Ein Wort von der Gelegenheit würde es sein, weil Jesus und alle können gewinnen für sich, für seine Wut. Was wird von diesem Wort geben auf diese Welt? Weil jeder, wo er in den Aufhängen von den Herrn sollte werden, dass du über den Neujahr vielleicht noch Dollar oder vielleicht erst erreicht, damit anfangen. Ich spreche, dass ich hier von der Jugend spreche. Ich muss ein klein bisschen wieder nachher gehen, weil ich nicht in die Erein komme. Ich spreche heute mal über den Teils, die ich sehe, ich komme bald und duke mich über den Konzeln und ich habe die ganze Versammlung hier immer den Konzeltöp. Wir sehen, ich weiß ja was. Ja, wir haben hier Jugendtöp und das Thema von der Numerach. Am Jund wird Mette-Dollen heute genannt. Der Sinn des Lebens, wo finde ich den? Jeder Mensch auf dieser Welt, der sieht nicht im Sinn von dem Leben. Du fragst bloß, wo finde ich den? Ich will eben ein paar Verschlesen in der Bibel Prediger, in dem Neuen Testament. Prediger Kapitel auf, von Versch auf. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Jahren, Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt, aber wisse, dass Gott dich um das alles vor Gericht ziehen wird. Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe, denn Kindheit und Jugend sind eitel. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Hier ist eine Freiheit, ehe Böden, da wo du wirst, genießt das Leben, mögt ihr Leben, dort wo du wirst, bloß denkt an euch, der Last muss die Verantwortung geben für das Leben. Der Sinn des Lebens, wo finde ich den? Wo fangen wir an? Wo sehen wir eine Erfüllung in den Sinn wirklich von dem Leben? Jeder Mensch, der sieht das nun, wer in der erste Lage steht, an uns hört. Von jung an fängt man an, dort zu sehen. Ich will anfangen mit einem Zeugnis in meinem Leben. Ich möchte mich danken, wer kann nicht da tun, dass jemand irgendwo etwas mehr tun wird, was jemand halten wird. Als ich auch einmal jung war, das glaube ich mir das von dir auch noch. Und ich wollte, dass jeder, ich habe das beste, dass wir auch für jeden, dass es gerade in der Jugend ist, ob einer denkt, sich das Leben trägt. Und ich wollte ihm ein bisschen von meinem Leben verteilen, um dort abhand zu wissen, wer dankbar ist, Jesus Christus sie, der mich gefangen hat, und der mein Leben ganz angewangen hat. Ich würde hier von dir nicht sehen, wann Jesus Christus mich nicht ein Tag gefangen hat. Wenn ich an mein Leben denke, von ungefähr so irgendwo wie acht Jahre, dann hat man Mauseln in den Wind packen. Das bedeutet ja, wie wird es liegen, nicht? Ungefähr als wir zwölf Jahre werden, dann haben wir Trübeln mit der Schöllehrer. Wenn wir uns die Schölle irgendwo meistens nennen, dann haben wir jetzt, wenn ich da einmal wieder komme, und wir die Schölle mehr bieten werden. Als wir dann sieben gehen werden, dann kriegen wir Liebeskummer. Naja, dann sind wir am Platz, ich darf noch eine andere Schlacht, und fangen an, alles anders zu folgen. Mit acht Jahren, dann muss auch der Militär dauernd, dann gehen wir eine Lebensschölle durch. Mit vier Jahren, dann fangen wir uns an, das Leben enden zu rechnen, da waren es dann, wie wir da waren, in der Tüte auch, uns das Leben auf eine tierliche Ende rechnen und so wieder. Als ich dann fertig war, dann haben wir uns irgendwo Teppich auf dem Leben. Wenn ich noch mal was hastig wurde, dann habe ich gedacht, dann wollte ich auch alle Doktors absehen. Wenn ich noch mal so tachendig wurde, dann habe ich gelebt. Wo ist das Sinn vom Leben? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich habe das Gehörn, wo meine Sägen erheben, als bei der Andere. Das Leben ist ein sehenden Sinn des Lebens. Und ich kann dort, wo das Verlangen hat, von Klin ab, da nur streben. Wenn ich noch in den 28 Jahren in Russland geboren bin, dann habe ich eine Schöhnung, die Jugendtät dort gebracht, so als ich in der Schnitt in der Welt die Jugendtät verbracht wurde. Die Mischte Täti irgendwo mit der Jugend abgehst, viele andere Dinge da sind. Und man sieht dann immer wahrer, wo es ist. Wo findet man dort? Und heute lebt das dann ungefähr so, wie eine Anstellung zu Gott. Ich habe von denen gehört, das Gauf, einen grünen Gott, und nicht die Tübel, schon an den, da die Welt gemerkt hat, da ihr ganz das Leben gejubt habt. Ich dachte so, Gott, Dann suche ich den Sinn, den Sinn von Leben mit Freund, vielleicht an Partys, verschiedene Vergnügungen, oder dann vollends wie, weil wir doch mal eine fene Musikgruppe machen, und dann wollen wir mal die Schäden und dort mal irgendetwas da sind. Die Jugendtät will jetzt bei uns ein bisschen Lüten haben. Ich wollte nicht, wo das hier ist, er weiß nicht, von irgendwo kommen, so ein Jedeva, Ewa. Und dort erst dann machen wir mal eine junge Juren für die Uhren, irgendwo, wo sie laufen, wo dort Musik genannt wird. Und dort fangen wir dann an, in der Räuber, dann beenden wir einmal wieder, wo ist eigentlich die Erfüllung? Wo ist es? Wenn man die Dach vorbei, wie wenn die Sündach da ist, wie der Wied war da kommen, dann freut sich, dort fehlt Wied war da. Dort war nicht dort, wo du blieb, dort ging ich Wied war da, und da muss noch irgendwo die Rebels, dass dort ging dann das Leben so langsam wieder. In der Settel sehen, mit 18, da muss ich zum Militär dauernd und dann halt die Härte des Lebens geliebt. Dort leide ich auch das Leben, nicht bloß mit Jüngern, mit dem Jüngern spazieren, mit dem Jüngern, 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 und da war immerhin das, was man will, dort war alle vorbei, plötzlich wie wir im Militärdienst, und dann heute, da mussten wir dann, was wir uns da sehen. Die erste Zeit fangt Hunger dann sehr rastisch sein, während wir heute wie wir hier waren, fanden, was die Mama merken hat, und als wir da haben, kommen, dann kaufen wir 20 Gramm Watt an dem Dach, sind auch ein Ei, und immerhin ein bisschen gerät, der ist ja weg. Und dann hat wir noch mal bei uns, ich wollte Hunger, und ich denke an unsere Zeit, und dachte, ich möchte mich bloß mal noch einmal können, so essen. Naja, erst dort an den Sinn des Lebens einmal so essen, aber dann dachte ich, wenn ich dort, wenn ich es einmal können, dann werde ich zufrieden. Und dann jeden Tag, wo ich mal ein paar Jünger, dort, wie alle nicht erlaubt, aber wir trinken dort irgendwo, und wenn es nur umgekehrt, in die Kirche, können ein Brot mitnehmen, in so einen gerätet, in einem gelöhnen Ketchup, in einer Bleistöße, den konnten wir uns da irgendwo drüben, und wir mussten nachwirken, ihre drei, in der ganzen Nacht wirken, mussten da auch noch was abpassen. Nichts wird versorgt, in der Stadt, in der ganzen Brot, ihre drei, in der Nacht, nach mehreren Ketchup haben sie raus, jetzt hätte ich auch von da nicht mal viel Ketchup gegett, aber ich dachte, wenn ich mich bloß kommen, ich muss das essen, dort fehlt mir dann, als wenn dort so die Söhne vom Leben sein wollte. Nächstes Mal hatten wir die Jünger sich Brot mitgenommen, und die Füße gestoppt, und als die Kommandante dort gefangen hat, dann wird er dort, dort soll er nicht, da wird er ordentlich, dann mussten sie auf der Flur leihen, mit der Hinsicht von der Flur aufdreiten, in der Brot abeiten, was sie dann abhauen, so lange mussten sie mit der Hinsicht von der Flur aufdreiten. Ja, und verschiedenste andere Dinge haben sie uns dann wiegebracht, auch das Leben, was das Leben anzulieren geht. Nächstes Mal mussten wir anzulieren, an der Stange nach oben treten, ich wollte nicht wie viele Mal hier, wo den Tieren, 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 das Leben, das Leben, anzulieren, da war ein Kilometer anzulieren, mit aller Kleider, wo den Soldaten onhaben, da musste alle mehr, dann auch die Räuchschaft, wo die mehr schlafen mussten, als wir dann ab einem Ende ankommen, der erste 50 Kilometer ab einem Ende, so dann den Stäubeln und den Tieren, dann werden wir nur sagen, röd von blöd, während in der Dach geschieht werden, aber dort muss man nichts anderes frech unterhalten in 35 Kilometer. Und dann hat man festgestellt, das Leben ist hart. Die kann nicht immer tun, was du weißt. Nach dem Müll musst du tun, dort wird sie die Anstrahlung. Und wenn wir dann laufen, das geht nicht mehr, dann kommt man an und sagt, da kommt ein Spruch, wenn die Müll übersetzen wird, das geht ja alles abruf, aber alle Müll. Dann kommt man an und wenn man dann sieht, ich kann das nicht, oder ich verstehe das nicht, dann sehen sie dann es einmal, wenn du dort nicht küsst, dann bringen wir dir dort ein Bier, und wenn du nicht wirst, dann stahl wir dir an. Und dort sterben. 2 Jahre lang ist es dort. Wenn du nicht küsst, dort brauchen sie die Bienen, wenn du nicht wirst, dort stahlten sie die dann unter den. Wenn ich hier einmal rauskomme, wenn ich hier einmal in den Haus komme, dann hat man das Ziel erreicht, dann wird es weitergehen. Dann hat man wieder gesagt, ich komme in den Haus, traf dann meine Mial, was nicht wie in der Früh ist, wir können uns eben so das ganze Leben von klein abgeben, und ich habe eine Schule gegangen, aber wir haben uns das Ziel erreicht, dann hat er noch einmal in den Haus in der Schule, wenn die Leute mich nicht aufschieben. Naja, wenn es geht, dann dachte ich so, ja, jetzt haben wir das. Aber mir ist ein Ding, an dem Leben passiert, was nicht heute passieren soll. Das sind, das sind die Leben, das bringt diese Rätten noch einmal, diese Rätten. Wir haben ein Militär, das Ding getan, was nicht heute getan wurde, ich will nicht alles verteilen, ich will auch nicht mehr dort sprechen, was da geworden wird, es wird schlecht. Aber alle mal für die Dinge, müssen wir noch einmal treten, nicht bloß einen, noch andere, dann wird es mehr so, wie wir uns in die Rechte vergestellt haben. Das Militär ist alles so, so, da brauchen kleine Fehler passieren. Und dann wollen wir uns in die Rechte und dann werden wir uns in die Rechte und dann werden wir uns in die Rechte und dann werden wir es weiter klären. Jetzt ist es einmal der Schatz, noch wollen wir uns befreien, von der Rechte zu gehen, dann dachte ich, allware, jetzt drauf, wo ist das Ende von dem ganzen Leben. 20 Jahre, wollen wir uns befreien, und nicht diese Sache im Leben. Halbt das Leben überhaupt nicht. Wenn es immer weiter, halten wir uns irgendwo fest, irgendwo passieren Dinge, die einem dann nicht gefallen. und dann werde ich das erste Mal in meinem Leben so rechte ich zu Gott und sehe, dann wie mit mir mein Gott hat Gott besiedigt bei mir, dann sehe ich Gott, wenn ich dich habe, dann oben wurde ich in diesem Stand in meinem Leben. Mein Leben möchte ich nicht sein, ich will Futschmieden, das halb nicht. Und dann oben wurde Gott sich zu mir, durch Gedanken, durch Gebete, durch Lesen, ich fange an, sogar eine Bibel zu lesen, und dort hat, dann oben wurde Gott zu mir eine Serie, zu mir innerlich, was ich tun kann, und zwar, ich soll nur am Röpen am Helm, ich soll bei der Wahrheit bleiben und ich soll mein Leben anbringen, da seht ihr mir auch mal ganz deutlich, dass ich dort mal lesen ein Testament, ich habe, bei der Zeit, wo ich nur verteilt, nämlich 20 Jahre, nie nicht ohne Predigt gehört, als ich nie nicht in der Zeit bin, ich habe nie eine Bibel gehört, wo ich mich gelesen habe, ich habe bloß im Westen, die ich hier unter dem Gott geöffnet, und so sieht, mir wird das Geld unter den Jäuf, ich sehe nicht, was ich nicht kaufe, aber ich soll mich hochladen. Und dann hat mir vor, dass ich mich an diesem Schwer hatte, ein Testament geöffnet, dann lasse ich ein Farsch. Ich lasse mal, ich kann nicht verstehen, aber man hat auch mal da, ich mir ein Farsch ab. Doch heute darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören, und was man ins Ohr flüstert, in der Kammer, das wird man auf den Dächern predigen. Das oben Wort geöffnet, mit diesem Farsch, dann seht ihr mir, dein ganzes Leben, was du denkst, wo andere Menschen nicht nennen, die Presse wird pflichter hören, und das Problem, was wir uns da gemerkt haben, wir dachten, das wird schon ja abdecken, wir werden abdecken, wir müssen kaum verantworten für das, dann geöffnet mir das ab, dann sage ich dir, das ist eine Sache, dein Leben, das ist ein Sinn, das ist ein Fehler, was ihr da gemerkt habt, mit dem anderen jungen Typ, niemand hat es gereicht und verantwortet, was ihr da gemacht habt, wenn das alles aufgedeckt ist, und die Bibel sagt, alles, was plätsch, passiert in deinem Leben, das wird einmal aufgedeckt worden, und dann wird das ganz offenbar worden, und dann kriege ich mir die Angst zu tun, und dann sehe ich, Gott, wenn ich dir geöffnet, und du mein ganzes Leben kann, nicht bloß das auch nicht tut, sondern mein ganzes Leben, und ich werde die verantworten, dann wird das echt sie verloren, dort bin ich klar, und dort brauchen wir dann die Töre, dass ich Gott sehe, und dort, und ich dachte hier, dass ich eine Predigt, ich möchte Erfahrungen mit Gott, der umgekehrt sich einmal, und da möchte ich Erfahrungen mit ihm, und dann komme ich irgendwo, nach einer Predigt, und dort, so viel, als ich mich erinnern kann, dass wir die erste Predigt, die ich hier gehört habe, ich möchte irgendwo, in der Beiratung, was ich hier gehört habe, das Konzerne, weil ich nicht in Erinnerung habe, weil ich heute, und hier wurde gepredigt, und dann wieder ein junger Prediger, und der sieht, der redet auch über die Erinnerung, dass ich Jesus Christus, und dann möchte er das so deutlich, wenn du einen Tag, wo ich will, mit einem Jet mitfliegen, und du kommst da hin, du bist ganz ruhig mitfliegen, und dann wurde sie da fahren, wo ist dein Ticket, und du sagst, ein Ticket habe ich nicht, ja, dann kommst du nicht mit, aber ja, ich weiß, komm nicht mehr, ich habe mich vorher, ich werde mit dem Rücken gemerkt, hier seid meine Schmerz, und ich habe alles da, ich will vor, ich will mitfliegen, wo ist dein Ticket, er hat schon, dann kommst du nicht mehr, und dann prüft er immer, wann er dich zu kommen, der mögt das so deutlich, der prüft er dann, wann er kommt, und bei einem Wort, ihr sagst, du wirst nicht mehr kommen, dann sagst du, denn das Ticket ist Jesus Christus, und dann geht mir da, da kann ich verstehen, wer mein Brück, wer mein Leben abdecken wird, wer mich vergeben kann, wer mich wird auch nehmen, an der Ewigkeit, wer mich dort ist, die Begegnung wird, dort ist Jesus Christus, und diesen Jesus, ich habe mich zu verkündigen, und von denen zu reden, und ich will hier von Anfang an sein, Jesus Christus ist der Sinn des Lebens, ohne Jesus, möchtest du das Leben, du kannst Segen, so lange, und wo du wirst, du wirst auch nicht finden, Jesus Christus ist der Sinn des Lebens, nun, lesen wir hier, so freue dich, Jüngling, in deiner Jugend, und lass dein Herz guter Dinge sein, in deinen jungen Tagen, das hört sich so, hier auf der Bibel, an so einen Freipass, da wo du wirst, die hat alle Scheune im Leben, möge wo du wirst, und der Wörter kommt, aber dann doch in der Rund, pass ab, aber die Jugendtät, dort ist so eine Tät, wo man eben, ähm, sehendet, wo man genießen, das, in verschiedenen Menschen, haben wir verschiedene Ideen, über die Jugendtät gehört, und je wässer, Nikola Tomaseu, hat mal gesagt, die Jugend, ist das Paradies des Lebens, von euch, was verstehe ich dort, wenn du treten, aber es läuft nicht, das ansieht nicht mehr, es schämen jetzt an uns alle, wir haben, wir sind all nattet ein, in dem Paradies, bäh, ihr seid noch mal am Anfang, aber die Jugend, ist das Paradies des Lebens, Wolfgang Goethe, hat mal gesagt, Jugend, ist Trunkenheit, ohne Wein, und anderer, denkt ja, philosophhaft, hat so gesagt, drum ist die Jugend, so schön, denn da hat man das Recht, dumm zu sein, und das Alter so traurig, denn da hat man die Verpflichtung, gescheit zu sein, seine Jugend sagt, da hat man das recht, dumm zu sein, und von dem, was man will, im Aller, da macht man die Schätze, solche Menschen, und mit Jugend, und der Sinn des Lebens, und Jugendliche, wird mal die Frucht, wird der Sinn des Lebens, erst mal ein Schrift da, das Leben ist wie, Punkt, 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 ja, wie ist das Leben, das Schrift dahinter, das Leben ist wie eine Schneeflocke, die auf die Erde fällt, dort liegen bleibt, und niemand weiß, wann die Sonne, sie schmelzen wird, dass jemand den Sinn noch nicht gefunden hat, der noch nicht mehr wollte, wo der Sinn des Lebens ist, so ist ein Schneu, auf die Erde fällt, das ist bloß, wo der Sonne bescheint, und dann ist er weich, erst dort der Sinn des Lebens, sicherlich nicht, aber ich glaube, viele Menschen, da finden das den Sinn des Lebens nicht, die Statistiken sein, wenn sie dort untersehen, im Großen und Ganzen, und im Durchschnitt, die Menschen auf dieser Welt, 75 Prozent von ihrer Tät, sennlos verbringen, dort haben sie untersehen, und befrucht, und so weiter, wenn man sagt, 75 Prozent vom Leben, wird man sinnlos verbringen, man hängt irgendwo ran, man hängt irgendwo ab dem Tünenrahmen, irgendwo ab dem Gossen, ab dem Eiten, man hängt irgendwo in Rät, den ja in das, den ja nichts anhören, weder für das Leben, noch für die Ewigkeit, 75 Prozent, was für eine verlorene Tät, was für eine Bilanz, was dann noch nicht nur die März, sondern mehr aus der Halle vom Leben, wird sinnlos verbracht, und die Menschen leben mit dieser Lehre, mit der Lade an sich, um die Pröven zu sehen, dort und dort, und so war alles sinnlos, immer der Halle vom Leben, wo sie nicht wollten, wo der Sinn zu finden ist. Manche Menschen und Schöpf, die den Sinn überhaupt nicht finden, oder die verlieren ihr Sinn vom Leben. Ich kann diese Person nicht, ich hoffe, wenn du sie lest, aber ich wende, wo Tonja, wo bei dir die Sinn bestimmt ist, wo die Worte von Hollywood ist, wo die gottlösen Filme alle gedreht wurden, mit ihnen drehen sie sogar die Christen auch da, von der gottlösen Folge, aber da wird eine gewisse Schauspielerin, in der Rita Highward, da ihr an den intensiven Tagen euch alle gestorben habt, aber auch immer so habt ihr mal geschrieben, oder ihr sagt Folgendes, ich war eine Göttin, eine Königin, als ich jung und schön war. Jetzt bin ich alt und hässlich, und sie haben mich weggeworfen, wie ein zerknülltes Stück Papier. Und dann wird das beschrieben, wo es dann wieder immer, da schrieben dann andere ein Sein, denn einst war sie Königin von Hollywood. Jetzt irrt sie durch den Vorgarten ihrer kaum möblierten Villa, verflucht die Bäume und spricht zu den Sträuchern, als wären es Menschen. Erst wie sie ungebet, nur sie weiche schmähen. Erst freut sie sich aus einer Königin, sie dachte, sie hat den Sinn des Lebens der Höllen, und als sie dann nicht älter geworden, wie ein ich meine Schmackleute, ein Königmeier spälen, dann verflüchtet sie die Bäume am Gorden, wenn sie einfach schäunen, mit wem sie reden können. Schäun Sinn am Leben nicht ergeben. Das Leben gelebt, und zum Schluss sein, wir haben gelebt, aber sonst nichts wie traurig. Nun, sieht man nur den Sinn des Lebens, so dass ihr seht, und dann gibt es sicher verschiedene Mehrlichkeiten. Eine Jugend gibt dort so viele verschiedene Mehrlichkeiten, viel Energie, irgendwo den Sinn des Lebens zu finden, und dort gibt es noch viele Dinge, die wir ganz klar würden können betätigen, und dort sind die falschen Verstellungen vom Sinn des Lebens. Was man in der Jugend das eine Fehler merken kann, man läuft dort erst, dort wo ich das kriege, und dann sieht man, das ist aber nicht gewesen, ich wollte ein paar falsche Sachen nennen, wo ich selbst gesagt habe, wo andere dort geprüft haben. Und ich denke erst, man sieht eine Freiheit. Die Freiheit, dort ist ein Mensch von den Menschen frei zu sein, und dann wird man die Welt, keine Verpflichtungen mehr, er wird ein Haus verlob, und mich keine mehr beobachten können, und dann wird ich will, und schon an mich nicht wird sein, das so ist, das ganz so ist nicht, und ich einfach die Freiheit wird genießen können, dort erst eine Stadt, wo man sieht. Und wenn man dann frei ist, dann muss man erziehen, nicht bloß frei, sondern es geht los. Los, los von dem Frieden, los von alles, was meine Freiheit, die ich gebt habe, zum Beispiel los von anderen Häusern, von all den Anständen, Vernunft, was man fährt, ja hofft, los und frei, man ist einfach weich. Da unten steht, wo man sieht, und der ist vielleicht im Vergnügen, einfach mehr Vergnügen, mehr Dinge im Leben genießen, und dann sieht man dort am Trinken, am Huren, am Drogen, irgendwelche Sachen, wo man eben den Vergnügen sich nennen geben wird, und irgendwelche Spiele, wo man dann prüft, den Sinn des Lebens zu finden. Und da unten steht, wo man sieht, und der ist vielleicht nicht so groß, aber da ist dann der Läu, man sieht einfach eine Beziehung, irgendwo eine Beziehung zu haben, aber vor allem, da hat man dort auf dem Vorschauwäch, da hat man bloß eine Liebschaft anfangen, vielleicht von fehlten jungen Jahren, bloß wird man sich sehen, in der Erfüllung, dann trägt das irgendwo noch eine Person, vielleicht traf sich da einen jungen Mjaltöp, und sagen, da wollen sie die Erfüllung finden, da wollen sie den Sinn des Lebens finden, und versteht man dort nicht umzugehen, was Gott uns schenken will, sie gehen damit sinnlich umzugehen, dann hat alle nicht reich, für jeden Vorken, von Gott, und von dem, was es reicht wird sein. Aber die Vorken denkt man so, wenn man dort den Sinn des Lebens sehen wird, in der Liebe, in dieser Beziehung, dann prüft man an euch zu denken, das würde mir alles sein, ganz besonders, wenn du den Jungen kommst, und der meint das nicht ernst. Du spielst dort, dort soll bloß eine Liebschaft sein, dort soll bloß ein Bestes spielen sein, dann denkt man an euch, ein Jungen denkt man immer so, ich liebe mich, und dazu brauche ich dich. Dann habe ich das Füße geschmiert, dann hast du den Sinn des Lebens, dann hast du die Trühe aus Ferien. Und dort nie nicht so ein junges Wort, ich habe hier gesagt, ich liebe mich, und dazu brauche ich dich. Dann fängt man an zu singen, und man läuft da, wo ich den Sinn des Lebens finde. Ob das erst mal ein Wetter enttäuscht, man rannt üteinander, dort hat er begonnen zu leben, und dort hat er sogar einen Einfluss. Dort erst nicht steht, wo der Sinn des Lebens zu finden ist. Wenn du den Sinn des Lebens hast, und findest dann einen guten Partner, ein Leben mit Gott, dann ergibt das den Sinn des Lebens, aber nicht andersrum. Und der Wahrheit sieht in dem Sinn, den Sinn des Lebens, vielleicht der Sport, der verschiedene Sportarten. Wir haben den Jungen und Michael Schumacher, den Reuss-Förer. Da werden viele vielleicht gehört haben. Michael Schumacher. Der hat in seinem Leben sehr viel erreicht. Der ist mehrfacher Weltmeister geworden. In der Kirche ist der Reuss-Förer. In der Kirche ist der Reuss-Förer. Und in der Kirche ist der Reuss-Förer. Dann hat er sich für meine Jahre und ich habe nicht mehr erfahren. Dann hat er sich, dass ich nicht mehr mein Leben genieße. Ich wollte einfach mit der Familie sein. Ich denke, er hat eine unständige Familie. Dort wird ihm alle vergönnt. All die Millionen an Dollar, was er hat. Dort wird alle nichts mehr erreicht. Aber er hat sein Leben oder in Sporten angegeben. Und nicht will er das Leben genießen. Denn er wollte nicht, was ihm passiert ist. Wenn es nur dem, in dem letzten Reuss, dann fährt er in Dänemark, fährt Schnee, Ski, einfach Verscheunung. Und viele andere auch tun, dass man auch nicht erst erreicht. Aber da breitet sich den Regen und der Licht wird von dir. Der ist weich. Ähnlich kann man sein, der lebt nicht mehr. Der ist noch da. Erst hat der Sinn gewasst. Der Sinn ist gewasst, immer noch zu spät zu sein. Das hat der Aller erreicht. Aber Gott seine Hund erst durch manche kommen. Er hat denkt, wenn er an die Weltfußballmeisterschaft, hier ist die nicht so sehr bekannt, ob in Europa, bei uns in Bolivien, Südamerika, Brasilien, wo das hier dann immer was löst, wenn der Football angeht, in diesem Jahr, oder vergundet Jahr, wieder in Brasilien, in der ostdeutschen Mannschaft, sich dort abrufen. Und dann fanden sie, wo ich nicht näher saß, oder nie in München fährt hier in Brasilien, rechnen sich dort an, die lieben dort, die trainieren, die ohrbeten, die stoppen, die jelten, und da wird ihre ganzen Titen alles nennen gesagt, aber an dem letzten Tag, wenn sie bekannt haben, dort werden wir gewonnen, hat sie den einen Tag auf den Bogen stehen. Vor der Luther hatten sie alle von Fieden, es ist alle weich. Und dort wird eine schöne Bedienung haben, irgendwo neu am Tee, in dem Jahr, man wird vielleicht irgendwo noch lesen, kann der Herrn der Bolivien, aber was für eine Bedienung hat er für die Ewigkeit? Überhaupt nicht. Der Herr hat sich nennen, und hat sich nennen gesagt, und hat den Tee schon gegonnen, und es ist nicht der Sinn des Lebens, das zu erreichen. Andere sehten ja eine Unterhaltung, und dort ist von dir ein ganz größtes Thema, Musik, Videos, DVDs, Handys, dort ist von dir ein größtes Port, ich will sagen, ein größtes Port von der Türkei hier, das leben dort, und wir prüfen dort, ihre Erfüllung zu sehen. Nein, die Erfüllung gibt dort nicht, das wolltest du selbst also erlangen. Aber du prüfen den Tee dort zu schlugen, du prüfen dort, immer wird nie ein Rüte finden, wir haben dort alles, die alle alle Neulen. Dort wird erst immer euch, wir essen noch nicht mehr euch, und jetzt seht ihr eine andere, eine Mauer, eine Mauer. Und dort ist er aus dem Schlung, was er abschlucken wird, so ein Dreilach, wo man nicht drehen wird. Und je da, wenn man da nennt, wenn man bei den Holz isst, dann meint man dort, das Tee drüte, schluckt mich ab, aber das ist nicht mehr Kraft dafür. So ein Sumpf, das lässt euch nicht mehr los. Und wenn du da ein Dreilach bist, und du hast gedacht, was du da findest, irgendetwas von Leben, von Erfüllung, und wenn du über die Mauer denkst, wenn noch ein Beste, dann verschluckt mich in den Draht, dann kommst du auch nicht mehr selbst rütt, in den Dreilach. Dann brauchst du eine andere Hilfe. So ein Donau, und du musst die Hilfe kriegen, euren Tee drüten ist. Da empfindest du nicht den Sinn des Lebens, das wird dich bloß mitreden, und du kommst da dann an. Andere Ware auf dieser Welt, die haben eine Verstellung, wenn sie genug Rettung haben, genug Geld haben, dann können sie sich leisten, was sie wollen. Und wenn man dort erreicht, dann hat man den Sinn des Lebens erreicht. Ich habe ein Beispiel gelesen, von was ganz rückte Männer von dieser Welt, was in den USA mal erlebt haben, dort sollen Städte regnen, das wir nennen, in 28, dann haben sich mal diese acht Männer, wo du nur musst weich lagen, aber das werden alle mal alles Milliardäre. Die haben so viel Geld, was jeder, wenn er den Sinn wird betrachten, so denken, wenn er dort einmal hat, wo ist die Bestie von dort, was sie haben. Die treffen sich in Chicago, da müssen sie treffen, was immer dann für Geldhundlerien, sie haben. Und wenn man den dann beobachten würde, würde ich da setzen, rum die Däsche, würde ich sehen, würde man dann abdäschten, würde sie bedeutend worden, und wie viel Geld sie haben, und so weiter. Da würde jeder auf der Fläche denken, wenn ich dort einmal hat, wenn ich einmal so leben könnte, so viel Geld hat, dann habe ich dort zu hören. Aber heute, wo es passiert, wir. Wir wollten nie nicht so denken, eine Mäde, dort die Russen, wo es am Scheunen geht, dort ist die Mäde von dem Leben. Der eine hat Geld, der andere hat uns, so ist das wie Hollywood, dort ist noch nicht das Ziel, nie nicht von dem Mäde zu reden, sondern ihr Ende schaut an, sagt die Bibel, ihr Ende schaut an, und dann sei ihr, auch sich dort gelöhnt hat, in der Nähe. Und wann wieder, ein von dieser Mäde, würde ein Oden kicken, von denen sagt man, und einer von denen, der lebt am Schluss von seinem Leben, zahlungsunfähig am Oedland, der wird Bankrott gegangen, und er hat das stets verloten, der konnte nicht leben, das würde am Ende stoppen. Einer lebt von dem Gebäude, der Geld, oder noch der Eten hat, der Einer war in Gefängnis, und die mussten sie begnadigen, den Leuten sie dann rüht, damit die Tüche sterben können, und einer starb in Gefängnis. Und der andere Feuer, da erneuert sich das Leben. Und dort werden diese Supermilliardäre, wo bedeutet man, wo es sagen, eine Mäde von ihrem Leben, so muss ich sein, wenn ich das habe, dann habe ich den Sinn des Lebens. Ihr Ende schaut an. Wie man immer nur das Einstieg, was dann ist. Bei einem Stunden mal ab dem Graf stehen, als sie den Begrüft haben, stand oben, nur Arbeit war sein Leben, nie dachte er an sich. Und Wilhelm Busch, dieser Pastor, einer der sagt, das ist ein Lebenszeugnis von einem Pferd, doch nicht von einem Menschen. Wo ist der Sinn des Lebens? Erst das dann die blöde Ohren wird, erst das Geld, erst das Vergnügen, die Jugendzeit zu genießen, wo ist der Sinn des Lebens? Nur was das Wichtigste kommt, ihr Ende schaut an. Alles, was du nur in der Jugendzeit beleidest, dort muss ich scheuen gehen, was ich sage, von meinem Leben war immer so, wir haben das Leben immer scheuen gehen. Versteht mich recht, ich würde es nicht sagen, weil erst einmal, es ist nicht betät, wir haben gesündigt, so was es uns gemacht hat, und so ist es scheuen gehen, und alles geprüft, was die Affen sind, uns stehen, wir, was wir noch können, uns leisten, prüfen wir uns einfach, in dem Leben zurückzuholen. Und was ich nicht verstehe, was ich sage, es sei, mir geht das Leben scheuen. Mir geht das auch dort scheuen. Sind die jetzt scheuen? Und ich sage, jetzt sind die jetzt scheuen, für das Fleisch, das ist das. Aber als ich mich betiere, dort in Jesus aneim, dann verstehe ich, dort sind scheuen im Fleisch, aber dort wird wird, das hält nicht an. Nun, mit Jesus, jetzt mit dem Leben, nicht bloß scheuen, sondern nun ist es auch noch wird voll. Nun werde ich, ich habe den Schritt gedauert, der der wichtigste am Leben war, und der hat mir 20 Jahre, seit 20 Jahren war, mein Leben so verändert, und ich finde, hier sehe, wo ich sehe, ich werde nie nicht gesehen, ich werde irgendwo ganz eins sehen, unbedingt, dass ich das sind, und dass ich das sind, die leben. Aber wir sollen, ob das einstehen, wo ich dort für ein, wo ich dort Ziel habe, von dort, wo das Leben ist. Nun, was sagt die Bibel, über den Sinn, vom Leben? Die Bibel sagt, in Matthäus, das war es, drehen dadurch, trachtet zuerst, nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Da war ich mal ein 15-jähriger Junge, ich wollte nicht aus der Tioch, aber in Bolivien, da war es ganz besonders, wenn wir 15 Jahre, dann wurde es groß gefeiert. Dort ist die Volljährigkeit, so eine halbe Volljährigkeit, dann ist es eine ganz, ganz große Feier, dann wurde es eine große Party, wir haben alle Freundschaften, da wurde ein großes Fest gefeiert. Und wir ein Junge sind 15-jähriger Geburtstag, und dort kommt ein ganz großes Fest, wo er angestellt wurde, und er freut sich ab dort, wenn dann gehaftet viele Geschenke, mir einmal bringt ein Ritteronkel noch was Geld vorbei, und so wieder, und so wieder, da wird eine große Party, und dann kommt ein von seinen Onkels, wie ein so ein Rittermann, aber der kann nicht dabei sein, der sieht dort, dass er kurz vorbei kommt, aber er kann hier nicht bleiben. Und als er dann mit seiner Limousine, dass er vorbei kommt, und er tust, hält er an, dann kommt das 15-jährige an, und er bereut sich, seine Mötigenschaften, und dann sagt er, ich gebe dir zwei Briefen auf dem Schle, nicht? Der Onkel sagt, er kann es nicht haben, sondern bei dir, diesen möchtest du nicht ab, und diesen möchtest du ab, wann die Party dann ist, in der Nacht, irgendwo neu, möchtest du ab, wann sie jachstisch alle weiß sind. Der wird nennen, möcht den ersten ab, findet natürlich einen ganz ordentlichen Check, wenn man Geld baut, und freut sich, da geht wieder alle, und als die Jästen nicht alle weiß sind, dann fällt mir da, ich habe noch einen Brief, er geht an seinem Stuhl, möchtest du ab, sattest du ab, und holt bloß einen Zadl, und auf dem Zadl steht geschrieben, das Leben ist für mich, und dann Punkt, Punkt, Punkt. er fangt, und er fangt, und er fangt, und was will der Onkel, wie man das sagen, am Feld BIA, dort ist die jetzige Bibelsprache, wo von Paulus gesagt wird, das Leben, Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn, Philippa Kapitel 2, Leben, das Leben ist Christus, und Sterben ist mein Gewinn. Warum hat mein Onkel diesen Faschen, nicht mehr eingeschrieben, das Leben für mich ist, und dann hat er nichts wiedergeschrieben, und dann versteht er dort, was sein Onkel, sein Gläubiger Onkel am Seil will, das, das in ihr Rohn, die Punkte in ihr Rohn, da sollst du ausfällen, da sollst du ausfällen, und dort jenkt mich, jeder ein von ihnen zu sein, schrift die und dort mal ab dem Zadl zußen ab, das Leben ist für mich, und dann schrift es in ihr Rohn, was du nicht denkst, an diese Jungen, an die du bist, schrift mal in ihr Rohn, was das Leben für die Bedienung hat von dir, für was lebst du, was bewegt die, was glaubst du, was die drücken, was würdest du erfüllen, was würdest du glücklich machen in deinem Leben, du musst das Experiment machen, sagst du einfach mal, du von dir so aus, wenn du allein bist, dann schrift du mal ab, das Leben ist für mich, und dann schrift es mal, aufrecht dich hinherun, wo es ist. Was ist das Leben? Es wird viel Vergnügen haben, viel Freiheit haben, viel Raum sein, viel Freund haben, viel verschiedene Dinge erleben, reisen, irgendwo tönen, vielleicht am Platz nochmal, eine schöne Mial frieren, was ist das Leben für dich? Wo geht es dann? Wo ist das Ziel? Ob du berühmt sein, ob du redest sein, wo du es erreichen? Wenn man sich durch abrechtliche Gedanken übermerkt, dann wird er wie unbedingt interessiert, über die kommen. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen Jugendtagen. Tu, was dein Herz gelüstert und deinen Augen gefällt, aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Da wird schön blöd über den Leben gerettet worden, da wird alles dabei blieben. Brüder Jesus Christus wird mit diesen blöden Teich strecken. Und dort ist das nächste Ziel der Sinn von das Leben. Die wird sich reutmerken auf die Begegnung mit Gott. Ihr Ende schaut an. All diese Rüge und Berühmte und all diese Mächtige von dieser Welt verstorben. Wir gehen in die Ewigkeit immer. Hier von Lenin, dort wird die Rats der Kommunisten und Vierer in Russland, die ein ganzes Lohn durcheinander gebracht. Die hat zu Jahren die Macht viel mehr Menschen das Leben angebracht, als das ganze Welt zu leben gekostet. Und aus dem Gott verliehen hat. Ich habe ein Gläubiger erlernt. Der Gott verliebt sein Leben und Gott gebtet nicht. Und aus dem Leben kommt. Dann ist er krank, er hat sterben und von dem sagt man, er hat unere Däsch gekrubt und er hat die Däsch fort um Verjebung gefrucht für sein Leben. Ihr wisst nicht wohan. Ihr Ende schaut an. All Mächtige von dieser Welt bewiesen uns nicht ein Erleben wo der Sinn des Leben ist, sondern um ein. Und dort das Wichtigste. Psalm Nähendich Vers 12 sagt, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Dort eine Abforderung. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, Ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Reut mir auf eine Begegnung mit Gott. Weißt, ihr seid alle jung, ihr seid alle jungen, immer so, wann ich dann sind hier in der Loth aus Glauben, wir über 20 Jahr, dann habe ich noch mal gedacht, na jo, von deut reden, Christen reden von deut wie recht ich dort hier dort höre, aber irgendwo, aber wo ich war, wann du reut bist für die Ewigkeit, dann wurde von diesem Moment nur jeder sein, go und lebe fröhlich, dann wurde ich sagen, freue dich Jüngling in deiner Jugend, und lass dein Herz guter Dinge sein, in deinen jungen Tagen, aber nur wenn du reut bist für die Ewigkeit, wenn dann wurscht deine jungen durch, all das was Gott gefällt, die wurde schön gut, du bist frei genießt Jesus die Ewigkeit, frei von Sinn, frei von all den Lust, frei von all das Leben in dieser Welt, frei sein, und reut sein für die Ewigkeit, dort ist Sinn des Lebens, dort ergibt den Sinn des Lebens, das ist eine öllige Schicht von einem König, und König aus den hoff Narren, wenn ich euch so entmuliert habe, das ist ein König, der wird betötet und bedeutet von allen Sieden und so wieder, so eine Könige hat einen Narren, der hat eine Spätze Schau, man klingelt wieder an, in März, vielleicht eine neue Barg, und so wieder, und der stahlt sich bloß ganz verrät einmal ab, fern König, und der König trürig und der König lacht und dem nicht so trürig wird. Das ist ein Hoffnar. Und so ein Hoffnar, das auch wirklich ist, so ein Hoffnar, der hat das Recht, dem König manchmal eine Wahrheit zu sein, wo schon andere sich nicht sein. Der hat das Reich zu sein. König, du hast hier nicht reich, hier bist du im Dammkopf, wo du so tun hast. Wenn der König das gefallen, wenn das nicht gefallen, dann sieht er, das ist auch ein König. Ein Tag schenkt der König seinem Hofnar in so ein Stab, in Stab, mit ein paar Glöckchen da unten, ein paar Kleines. Den kommt man so neben, so ein Kling, Kling, das ist dort. Dann der Na hat ihn immer so in Haufen. Kleine hat seine Späßchen alle haben. Du schenkt dem König diesen Stab, dann sagst er zu dem, du bist der ganze Rats der Nahr, den du musst sein haben, und wenn du einmal in dein Leben euren Narren trafst, noch da mal hast als du, dann kannst du den das geben. Okay, das war ich, springt mit und das war ich. Und so ist dort das Leben wieder am Hof, da vergangen Jahre und König und da hielt den König liegt am Storben. Dann hupst er in das Zimmer und du hast das einmal mit den Spuss und der König liegt dort irrenst und sagt er ihm soll schnell sein. Er sagt er König es hier du sollst eine Reise angehen oder du wirst eine Reise angehen und will nicht sagt er ein Maat Oh du maatst also ihr habt eine Macht die noch geraten es aus die Königs Macht dort habt eine Macht für die die wurscht matten kommen oder wird na ja aber du hast das Welt war kommen Nein sagt König von dort wo ich Hand reise da kann man nicht mehr tritt so so sagt den aber dann hast du gewusst wie diese Reise rei gemerkt ich denk du hast dafür gesorgt dass du an dort wo die reise ist königlich abgenommen worden der König schockelt mit den Kopf sagt dort hat versiebt ich habe die Reise rei zu merken aber du hast tatsächlich nicht gewusst dass das Reise muss rei oder sagt er hat immer gewusst bis er hat nie nicht nicht die hat mit dem rei gemerkt dann kommt der nach ist im Bad dann leist er langsam diesen Stab im Bad ab dann sagt König du hast gesagt er soll das wieder geben wenn er irgende traf wer ist hier hast du wirst du das rei rei und du hast dich nicht rei gemerkt du bist der Rat der Narr ob diese ihr hat gesagt und du rat der Narr ob der Mensch der sich nicht gedanken mögt und nicht rei mögt ob er leid stirn dort ist die Botschaft von der Bibel dort ist die Botschaft wo Jesus Christus uns gebraucht auf diese Welt der Rat für uns und du erst der Sinn des Lebens 2. Korinther weil wir nun wissen dass der Herr zu fürchten ist suchen wir Menschen zu gewinnen wenn wir wollten der Herr zu fürchten ist sich wie Menschen zu gewinnen wenn wir wollten dass ein vom Leben krönt das Leben wenn wir wollten dass du am end kommt und du werden sich wie Menschen zu gewinnen du werden Menschen wie das ist und die jungen leben an dem Herrn seine Hand geben und wenn die dort geklärt haben und die reis die wie alle werden angehen und die reis du dann freue dich in deiner Juden dort ist der Sinn des Lebens wie der Schrift Paulus hier denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung so sind wir nun Botschafter an Christi Staat denn Gott ermahnt durch uns so bitten wir nun an Christi Staat lasst euch versöhnen mit Gott wir bitten an Christi Staat lasst euch versöhnen mit Gott es ist gesetzt den Menschen einmal zu sterben danach aber das Gericht Hebräer 27 du weinbet wie an Christi Staat lasst euch versöhnen mit Gott dort ist der Botschaft den Punkt an dem Leben glück gemerkt hast dann was dir so und dein Leben wertvoll sinnvoll erfüllt ist und dann kannst dich freuen in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein Gott uns reden und reden und die wurden das gelernt an Jesus Christus zu lernen Götter dort wie ein Philosoph der Schrift zum Schluss von seinem Leben ich habe im Leben Glück gehabt doch glücklich bin ich nie gewesen wenn ich alle Stunden echtes Wohlbehagens zusammen addiere kommen keine drei Tage raus der hat am Leben gelebt geholt aber letztlich ist nicht gewasst und wenn alles wird am werdlich gelebt gebracht und Erfüllung gegeben wird nicht treu gewasst am Leben was ist dort von Leben ein sinnloses leeres Treiben in dieser Welt er sagt wieder ach ich bin des Treibens müde was soll all der Schmerz die Lust süßer Friede süßer Friede komm in meine Brust und er sagt das Fried Gottes die junge Seelen erfüllen wird und wenn die dort erreicht haben heil den Sinn des Lebens trachtet zuerst nach dem Reich Gottes das ist die Chance das die Lehne von dir noch mehr rach wir wollen uns Leute singen um Gebet und wir Jugendleiter sind hier heute mit jeder reden wir ein Gespräch wünscht wer nicht betät ist auch der wird Jesus kommen andere Schwierigkeiten mit sich haben hier wird Seelsorge eingeboden und möchte der Herr kann dort gehen an den Hort wo die nur Freude ist wo die erste die Rede hat wenn wir noch Abstunden beten